Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Tribüne und an den Mattscheiben. Erinnern Sie sich noch an die Regierungserklärung von Frau Kraft Anfang des Jahres? Mit dem peppigen Slogan Megabits, Megahertz, Megastark wollte sie das Land auf den digitalen Wandel einstimmen. Damals hieß es, NRW hat den Anspruch, auch den digitalen Wandel zu gestalten. Grundvoraussetzung ist schnelles Internet. Wohlfeile Worte, ganz aus der Phrasendreschmaschine der glitzenden Welt der PR-Agenturen. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, mag man dabei an Goethe denken. Die ganze Regierungserklärung war ja eher ein Schuss in den Ofen. Wenn Sie auch nur einen Hauch Einzug in das konkrete Handeln der rot-grünen Regierungspolitik halten würde, dann wären wir ja heute ganz sicher schon ein gutes Stück weiter. Daher begrüßen wir grundsätzlich den vorliegenden Antrag der CDU. Ich muss aber gleichzeitig vor einer Politik warnen, die zu kurzfristig angelegt ist. Die digitale Ökonomie, die auf kreative Wertschöpfung und Vernetzung setzt, zeichnet sich eben nicht dadurch aus, dass sie sich auf lokale Gewerbegebiete eingrenzen lässt. Die digitale Zukunft beginnt heute nicht im Industriegebiet, sondern oft und gerade an den Computern, in den Heimbüros von Freiberuflern und kleinen Selbstständigen. Denn der Vorteil der Netzökonomie liegt ja gerade darin, dass es sich in ihrer vernetzten Dezentralität eben nicht an die Vorgaben eines Flächennutzungsplanes hält. Wir Piraten setzen uns dafür ein, bereits heute das Ziel eines weitgehend flächendeckenden Glasfasernetzes in die Landesplanung aufzunehmen und mit den Akteuren vor Ort umzusetzen. So erreichen wir, dass auch jenseits von Großstädten digitale Wertschöpfung betrieben werden kann. Da keine Emissionen entstehen, sitzen Start-ups von morgen auch nicht nur in Gewerbegebieten. Natürlich müssen auch Gewerbegebiete ans schnelle Internet angeschlossen werden. Um Mitnahmeeffekte zu begrenzen, sollten dabei aber auch die Unternehmen an den Kosten beteiligt werden. Und wenn sich hinter Punkt 4 des Beslussteils des CDU-Antrags ein umständlich ausgedrücktes Ausschlusskriterium für Vectoring verbirgt, dann sind wir uns in diesem Punkt einig. DSL-Vectoring ist nämlich keine Zukunftstechnik und gehört nicht gefördert. Übrigens ist typisch für die Landesregierung eine Strategie, wie sie die Einnahmen aus der digitalen Dividende 2 so effizient und nachhaltig wie möglich investieren will, liegt auch noch nicht vor. Wir meinen, Glasfaser gehört grundsätzlich bis in jedes Haus. Funk kann allenfalls eine Lösung für ganz isolierte Einzellagen sein. Breitbandzugang ist ein Menschenrecht. Dies ist die Grundlage einer wirklichen digitalen Informationsgesellschaft. Nur so können wir Partizipation und Teilhabe an Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeit, sozialer Interaktion und Politik im 21. Jahrhundert nachhaltig sichern. Herzlichen Dank.